Ja, liebe Freunde, ein ganz kurzes Video und zwar machen wir einen Livestream bei uns auf dem Twitch-Kanal. Ja, die erste Dreiviertelstunde wird es daraus bestehen, dass wir das Fußballspiel Frankreich-Deutschland kommentieren. Wir hoffen natürlich, dass die deutsche Elf gewinnt und wenn es vorbei ist, werde ich hier mit dem Paddy. Hallo, Paddy. Hallo. Ach, man hört dich eh nicht. Ah, schütziger. Livestream machen, mal gucken, ob mal mehr Leute dazukommen. Und was wir spielen, ich glaube, total wissen wir noch gar nicht. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, tschüss. Ach ja, der Link ist unten in der Kanalbeschreibung.